Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir befinden uns hier in der Flügelhöhle und haben auch die Greifenfeder schon erhalten, die wir einfach so mal auf dem Weg gefunden haben und können damit nun springen. Piep 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 piep! Na, zack. Danke. Und, kleiner Schlüssel. Ich wusste es. Habe ich nämlich gerochen. So. Jetzt brauchen wir blau. Ist ja kein grün, ist ja blau. Ist ja... Hat alles in der Richtigkeit. Blaue Ampeln. Mal wieder total spielgetreu. So, dann brauche ich... ...das... ...und... ...das. Da brauche ich noch einen zweiten Schlüssel. Dann mache ich mal die Killerana hier platt, wenn sie gelandet ist. Zack. ...und ein Herzchen erhalten und bei der Gerd... ...jetzt sind wir wieder hier. Können wir auch sein. Ist ja kein Problem. Dann werden wir nämlich hier den Block wegmachen. Wir können auch jetzt hier nach unten. Ist auch kein Problem. So. Bevor wir durch die Tür gehen. Erstmal zu Penny. Nee. Ähm... ...nicht Penny, sondern den Block umlegen. So, was haben wir hier noch Feines. Achso, hier wären wir... ...runtergefallen, wenn wir... ...eim... ...Zwischenboss... ...runtergefallen wären. Sind wir aber nicht. Weil ich gut bin. Na. Deswegen lasse ich mich auch gleich mal ein paar Mal treffen. Ist ja richtig. So. Jetzt hier durch. Hier durch. ...und... ...hier rüber. Jetzt können wir da mit... ...mitfahren. Und... ...fahren weiter. Komm hier raus. Dort müsste sich ein Gashakern befinden, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Meine Güte. Dass ich so ein Gedächtnis habe. Ja. Jetzt beginnt der Schiebespaß. Am besten erstmal die Gegner alle beseitigen. Die sind einfach nur im Weg. Die stören einfach nur. So. So. Und jetzt schieb um. Eins. Zwei. Drei. So. Hier hin. Hier rüber springen. Dann... ...hier rüber. Und da. Und hier rüber. So. Na. Zwei Türen mit Schlüssel. Alles klar. Bomben. Und nichts. Gehen wir erstmal hier hin. Oh je. Okay. So. Hm. Schiebespaß. Vom feinsten. Äh. Erstmal ist es gelbe in die Mitte. Das ist... Achso. So ging das. Okay. Zack. Gelb. Gelb. Schiebe ich in die Mitte. Dann. Die nächste Farbe. Blau. Mach ich hier. Erstmal. Dann kümmere ich mich erstmal um Rot. Rot. So. Das passt schon mal alles. Jetzt noch blau. So. Wenn wir das dann geschafft haben, müssten wir einen weiteren Schlüssel bekommen. Das Geräusch geht mir grad tierisch auf den Keks, aber egal. Genau. So. Dann gehen wir mal rechts rein. Da schließen die so schleimigst ihre Farbe fein an. Die Missgräkel. Müssen wir mal Farbe verändern. Und. Dann schnell. Handeln. In der Hoffnung, welche zu treffen. Wenn wir das nicht schaffen. Verdammt. Dann sind wir ein Reh. Ne. Sind wir zwar nicht, aber. Dann bekommen wir keinen großen Schlüssel. Und so bekommen wir einen großen Schlüssel. Wieso betone ich immer großen Schlüssel? Ist ja auch egal. So. Bomben. Wozu brauchen wir Bombe? Müssen wir etwas Freibombe? Oder was aufbombeln. Oder versuchen zu überleben Bomben. Ja. Ne Fehl wäre. Nicht schlecht. Vielleicht das Spiel manipuliert. Fehl komm her. Fehl komm her. Ja. Du Befehl. Ah. Keine Fehl. Herrlich. Dankeschön. Zu Bomben. Was sagst du? Das rote Antlitz furchtet Rauch und Donner. Hä? Ja. Ja wie jetzt? Ja. Hier brauchen wir kein Schwert. Achso. Einfach nur Roulette spielen. So. Wir müssen eigentlich immer versuchen auf Rot zu kommen. Denn Rot ist seine Schwachstelle. Dann schießt er auch manchmal Bomben raus. Die wir brauchen können. Ja. Das war rot. Das war eindeutig rot. Ja. War das jetzt rot oder war das kein Rot? Ja. Das war rot. Sehr schön. Wird natürlich auch immer schneller. Ist klar. Aber das dürfte eigentlich noch kein Problem darstellen. Das war wieder rot. So. Ach. Der neben auch noch. Ah. Schon wieder der neben. Messer. Was? Ausweichen. Ja. Das war nichts. Das war blau glaube ich. Ja. Das war blau. Und blau macht. Oh Gott. Neonkreise. Die uns nicht mal treffen. Das war wieder rot. Wow. Ich dachte der lässt noch ein Herzfallen. Aber ne. Okay. Ein Herzcontainer ist dafür noch umso besser. Aber. Gut. So. Und die zweite Essenz. Es ist. Das Holz der Antike. Eine Essenz der Zeit. Aus der Stille flüstert es die reine Wahrheit in verschlossene Ohren. Yeah. Ja. So. Das war Nummer zwei. Link. Ich spüre eine Sense der Zeit. In der südlichen See. Auf der Sichelinsel. Suche von der Stadtküste aus einen Weg. Dorthin. Das müssen wir auch tun. Werden wir auch tun. Hm. Keine Ahnung warum sie mein Gamepad manchmal ausschaltet. Aber. Das ist überflüssig. Also. Muss ja nicht sein. Jetzt können wir über solche Löcher springen. Wir haben ja die Greifenfeder. Die müssen wir zwar noch nicht finden. Aber egal. Was ist denn hier überhaupt alles. Wir können ja schon mal gucken was. Ah ja. Marta. Zufälligerweise. Oh. Ah. Mein ganzer Kram ist runtergefallen. Ich werde einfach dieses Zeug mitnehmen. Hast du davon meine Morte zu verärgern? Ja. Herzteil. Aha. Uff. Uff. Du mieser Kleiner. Das merke ich mir. Tja. Merkt ihr mal. Also. Ich merke mir zumindest. Dass ich jetzt. Ein Herzteil mehr habe. So. Was ist hier? Ihr macht Witze oder? So. Zack. 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 Das war jetzt reiner Zufall. Das wusste ich nicht mehr. Aber egal. Hey. Wieso nachfragen? Ein weiteres Herzteil. Sehr schön. Ohne große Anstrengung. Finde ich sehr sehr schön. Ich danke meine Mutter. Meine Freunde. Und alle die mich. Beim. Verlieren zusehen. Ich danke euch alle. Ihr seid super Jungs. Und Mädels. Geisteskranke. Äh. Kunstbanausen. Keine Ahnung. Alle die die mir zugucken. Danke. Für dieses Herzteil. Das habt ihr mir super. Beschenkt. Also. Das wart ihr. Ihr habt es dorthin platziert. Nicht die Spieleentwickler. Nein. Ihr wart das. Genau. Mein Mann wurde zur Arbeit am schwarzen Tun geschickt. Ob ich ihn jemals wieder sehe? Na klar. Dafür sorge ich schon. Denn ich bin Vince. Vince Link. Na gut. Wer oder was bist du? Ich bin Adler. 50 Jahre lang führte ich den Beraterstab des Palastes. Doch dann hat man mich fortgejagt. Und nun befinde ich mich in Ruhestadt. Ich kenne die Königin nun seit sie jung war. Das Wohl ihres Volkes war ihr stets das oberste Anliegen. Doch seit diese Nairo bei ihr ist, ist sie völlig veranlert. Sie hörte nicht länger auf meine Ratschläge. Dieses Mädchen legte ihr meine Verbandung nahe. Doch. Doch was? Erzähl weiter, alter Mann. Ja, aber er erzählt nicht weiter. Das ist sein Problem. So. Ah ja, wir können ja noch gucken schnell an unserem Bäumchen, was daraus geworden ist. Zack. Ein Ring. Und wir können wieder was einpflanzen. Vielleicht ist es ja diesmal was anderes. Oder auch nicht. Wer weiß. So. Nahe des Tores zum Arkebaum befindet sich ein komisches Muster. Was mag es wohl sein? Äh, eine Gummiente, ein Schlauchboot, ein Wurstbrötchen, keine Ahnung. So. Hier können wir rüberspringen. Nix ist uns aber nichts. Und dort hinten ist nochmal ein Fleckchen Erde. Wo wir aber halt, wie gesagt, noch nicht rankommen, weil wir noch nicht schwimmen können. So. Ein Häuschen. Ich bin Maru. Ich möchte eines Tages richtig tolle Flöße bauen, mit denen man auf dem Meer segeln kann. Mir fehlt nur noch ein wasserfestes Seil. Dann wäre mein Fluss komplett. Aber ich finde keines. Es gibt jemanden namens Cheval. Am östlichen Dorfrand. Er will so ein Seil entwickeln. Aber ich glaube kaum, dass er schon so weit ist. Ah ja. Am östlichen Stadtrand. Cheval. Na, schauen wir mal. Wir können uns ja mal dorthin begehen. Cheval's Haus. So. Ah, Cheval. Ich bin Cheval. Ich entwickle Gegenstände, die unter Wasser zum Einsatz kommen. Vor meinem Tod möchte ich die Arbeit an den Schwimmflossen und dem wasserfesten Seil zu Ende bringen. Hoffentlich kann ich allen Menschen helfen, indem ich solche Dinge erforsche. Ja, wir brauchen ein Seil. Tja. Vor seinem Tod möchte er wenigstens eins noch werden. Oh. Hey, Link. Suchst du etwas Bestimmtes? Wie bitte? Cheval? Den Namen kenne ich doch. Genau. Ich sah ihn auf einem Grab in unserer Zeit. Aber mir fehlt Zeit zum Plaudern. Ich habe zu tun. Bis später. Also muss er in der Zukunft ja schon was fertig gemacht haben. Also zuerst hat er die Schwimmflossen erwähnt. Also müssen die ja in der Zukunft fertig sein. Weil er sich darauf spezialisiert hat. Zuerst. Tja. Tja. Schauen wir mal in der Zukunft nach. Harfe. Und ab dafür. So. Grabstein. Ist demzufolge auch ein Friedhof. Oder zumindest so ähnlich wie ein Friedhof. Aber wir lassen uns erstmal die Ringe schätzen. Vielleicht ist ja was interessantes dabei. Sehr gegrüßt. Willkommen im Basischmuckladen. Schätzen. Das ist ein Octoring. Metamorphose zum Octorock. Das ist ein Treibsandring. Kein Versingen im Treibsand. Ja. Die gesamten Ringe wurden geschätzt. Und wir können gehen. Wir haben jetzt zur Zeit nur einen Platz. Bomben, Schild und Herzen brauche ich alles nicht. Mit Marta bräuchten wir vom Prinzip her erstmal auch nicht zusammenstoßen. Mal gucken, was beim Friedhof los ist. Grabstein. Muss ja irgendwo ein Grabstein geben. Schauen wir mal hier hinten nach. Da ist ein Grabstein. Aber ob es das ist. Da komme ich auf jeden Fall nicht rüber. So viel. Oh. Damit hat der Typ nicht gerechnet. Der verträgt das noch ein wenig. Gegeisterhilfe. Hä? Was macht denn der Spinner hier? Was gelötzt du so dem nicht? Dich kriegen wir auch noch weich. Verschwindet ihr Geister. Ihr habt nichts mehr zu melden. Hörer Attacke. So, und dich kriege ich auch noch Platz. Geh aus dem Weg, großer Bär. Und das war's. K.O. Runde 1. Na gut. Oh. Verbrennen wollen wir dich nicht. Entschuldigung. Bitte friss mich nicht. Ich schmecke ganz scheußlich. Die Geister sind alle fort. Hast du sie verjagt? Oh, vielen Dank. Ich bin Benni. Eventuell kann ich dir weiterhelfen. Kletter auf meinen Rücken. Drücke mehrfach A. Um zu schweben. Oder halte den Knopf gedrückt. Um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem. Aber Tiefe stellen schon. Tja. Der liebe Freund Benni ist wasserscheu. Aber drückst du mehrmals A. Schwede dich. Auf diese Weise kannst du über die Kräer durchqueren. Ja. Nämlich so. Gut. Ah. Ach egal. Egal. Euch brauche ich nicht. Tja. Also hier wäre nichts. Das wäre ja hier nichts für Benni. Aber wir haben ja die Greifenfeder. Wir können ja zum Glück noch ein bisschen springen. Oder einfach mal abtauchen. Bloß hochkommen wir dann nicht mehr. Das ist das Problem. Versteht ihr? Nur jemand, der gleichermaßen über Macht und Leichtfüßigkeit verfügt, kommt in den Genuss meiner Erfindung. Tja. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Und zack. Du hältst Zoras Flossen. Mit ihnen kannst du schwimmen. Drücke auf, um voranzuschwimmen. Um B. Um zu tauchen. Jetzt können wir schwimmen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. So. Ah, ein Cheval-Tau. Dieses robuste Seil ist absolut seefest. Tja, wir haben beides, was wir brauchen. Sowohl die Zora-Flossen als auch das Seil. Ah, jetzt ist Benni nicht mehr da. Na, sowas aber auch. Na gut, hüpfen wir so zurück. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Schön, dass ich helfen konnte. Bis später. Bitteschön. Äh, danke, dass du uns golfen hast, ja. Bitte Dankeschön, ne? So, nun müssen wir wieder in die Vergangenheit. Denn hier können wir erstmal nichts tun. Ah, Karno-Kern ist gut. Kann man auch mal gebrauchen. Herz auf jeden Fall. So. Blutkerne, okay. Ha. So, was ist hier? Der Gartenstrand. Der Gartenstrand. Aber hier können wir trotzdem nicht schwimmen. brauchen wir dann was Härteres. Nämlich ein Fluss oder einen tierischen Helfer. Ist auch möglich. Ein besonderer tierischer Helfer. Es gibt ja die drei wieder. Wenn wir Benni hier schon gesehen haben. Dann gibt es ja demzufolge auch die anderen beiden. Nämlich, äh, Dimitri und Ricky. Hier ist nichts mehr. Alles weg. Alles weg. Also, wir können erstmal nichts tauschen. So. Da brauchen wir erstmal was anderes. Hi, ciao, auf Wiedersehen. So. Wieder Harfe spielen. So. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt können wir das Seil abgeben. Okay, in der Vergangenheit gibt es ja anscheinend auch die Kerne. Finde ich interessant. So. Geben wir schnell das Seil ab. Hey, das ist es. Mit dem Chevaltau könnte ich endlich das Floß fertig machen. Bitte gib mir dieses Seil. Okay. Dankeschön. Weißt du was? Du darfst als erster mit dem Floß fahren, wenn es fertig ist. Aber du wirst auf hoher See eine Seekarte brauchen. Ohne eine solche Karte findest du dich dort nicht zurecht. Besorg dir eine Karte. Bis dahin habe ich das Floß fertig. Ah, jetzt brauche ich auch noch eine Karte. Aber die holen wir erst im nächsten Part. Die Zeit ist mal wieder vorangeschritten. Und die Karte besorgen wir, wie gesagt, im nächsten Part. Freut dich schon mal drauf. Wir werden vielleicht, aber auch nur vielleicht schon die anderen beiden Tiere schnell versehen. Also den zweiten auf jeden Fall. Und wir sehen uns inwieweit, weil wir im nächsten Part kommen werden. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.